Mein Speer ist weg! Nimm einen! Ich hab ihn getötet, alter! Ja, da du ihn getötet hast, hab ich dir auch die Rüstung hingeschmissen, die er getroppt hat. Liegt hinter dir. Super, warte, da kannst du Feuerzeug reinschmeißen. Rüstung? Krasse Sache. Ja, du siehst, die Feuer werden auch immer... ...dingsiger. Immer kälter und gehen dann aus. Und deswegen versuche ich gerade irgendwie... Ich hab doch noch Holz! Warum hast du denn immer noch keins reingeschmissen? Das ist dein Scheißfeuer! Kann ich ja nicht so viel, wenn du dich um dein Feuer kümmern kannst. Hättest du einfach was gesagt! Habe ich dreimal! Geht das Scheißzeug da wieder nicht rein, das nervt so. Ich krieg das Scheißfleisch da wieder nicht ins Feuer rein, das nervt. Ja, manchmal musst du das mit Rechtsklick dann halt auf dem einzelnen Platz machen, dass du nur ein einzelnes Fleisch reinlegst. Ja, manchmal nicht, das ist genau das Problem. Ich muss erstmal was trinken. Blub. So. Ah, jetzt mach das bei mir auch nicht. Ach, wir haben die erste Nacht, also abgesehen davon, dass wir in der ersten Nacht gestorben sind, überstanden. Da hinten ist eine Spinne. So langsam wird unsere Survivability hier doch in Klassen höher. Ja, ich ähm, Smalls Favorites Marble Rock. Darum bau ich mir jetzt ein Speer. So, ich hab mir jetzt... Ich hab ein Marblespeer jetzt. Haha, ich bin so römisch, Alter, das gibt's gar nicht. Ist mir da gerade eine Blume hingepflanzt? Ja. So, jetzt mach ich zwischendrin, schmeiß ich mal Fleisch nach. Und danach, äh, bau ich mir erstmal ein paar Axtköpfe. Ich muss ja mal heilen, ich kann jetzt gerne nicht schlafen oder so. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder, da hier irgendwelche anderen Typen auf dem Server sind. Und das mit dem Schlafen wahrscheinlich schwierig werden. Wofür ist die Ecke rechts oben, äh, bei dem Feuer? Äh, das ist, äh, weil das ist noch vom Standard-UI übergeblieben. So. Ist natürlich blöd. Ich mein, als wenn du bei so nem Scheißfeuer nicht mehr auf einmal rauflegen könntest, ne? Ah, gut. Du musst immer heilen. Ach du. Mach man Stacken so manchmal nicht, das nervt. Ja, ich mach's mittlerweile so, dass ich nur noch einzelne direkt reinpacke. Jetzt hat die anderen automatisch weggeschmissen, hast denn das jetzt hier? Ja. Ja. Das hatte ich auch. Das war der Punkt. Pss, pss. Hey. Geh mal hinten hin. Ah du Kuh. Geh weg. Die mögen dich nicht. Ja. Du stinkst nach Fisch. Und hier machen tatsächlich auch Schaufeln mal tatsächlich Sinn. Muss man ja mal. Wieso? Macht auch sonst Sinn. Bei normalen Minecraft brauchst du sie nicht wirklich. Also du kannst ja mit der Hand fast genauso schnell abschaufeln. Wie mit der Diamantschippe? Nein. Ja gut, wie nennt er Diamantschippe. Aber so ne Stein oder so Schippe brauchst du halt gar nicht. Und hier macht sich das halt auch schon bei ner Steinschippe echt bemerkbar. Ja, aber das stimmt allerdings. Ähm, ich hab nochmal ein bisschen Holz organisiert. Das ist doch top. Das ist echt ein bisschen kacke hier manchmal. Also wenn du Fleisch zeitweil dich nicht stapeln kannst, nichts daran, weil sie unterschiedlich heiß sind. Ja, aber ich kann kein Feuer, kein Holz ins Feuer legen, das nervt. So. Ich hab mal Holz nachgelegt bei dir. Danke. So bin ich. Bin todesmutig in den Wald geraten am Baum gefällt. Jetzt regnet das auch noch. Ich hab mein Messer ist gleich kaputt. Das ist viel schlimmer. Brauch dir ein neues. Wie geht denn das? Mal gucken hier. Blade knife, achso. Und dann zwei. Jetzt ist alles weg. Ja, das kann mal passieren, wenn man zu schnell drückt. Da muss man langsam und vorsichtig drücken. Also wie, als wenn man damit wirklich arbeiten würde, ja. Ja. Der zu schnell drückt, da machst du dir den Stein kaputt. Das ist halt ein echt mal nicht nettes Mod. Also das, äh. Und wann bauen wir eine Query? Ähm. Ey, aber gut. Musst du zugeben. Äh. Ich hab mir noch mal ein bisschen Fleisch. Ja. Also wenn man überlegt, wie schnell man sonst, äh. Also wir werden jetzt normalerweise schon mit, äh. Eisenrüstung unter der Erde am rumrennen, ne? Ja. Oh, hinter dir! Hinter dir! Ach, Messer dich, Alter. Ich mach dich Messer im Kopf. Ey, komm her. Aua. Boah, gerade noch. Mein Speer ist gerade kaputt gegangen. Ich hab nix mehr an, äh. Dann willst du auch ein Messer. Ich hab nix. Ich hab gar nix. Du hast auch so Steine. Ja, man merkt auch, das Feuer wird kälter, weil es regnet. Das ist kacke. Ich nehm mein Dings dann noch mal runter und mach aber kein neues Feuer an, okay? Äh, ne, nicht wirklich. Lohnt sich nicht. Wird ja auch langsam wieder Tag. Hinter dir ist ein Creeper übrigens. Ja, ich würde doch ganz gerne Sachen wegschmeißen können. Ich versuche mal meine Steuerung zu ändern. Mach das mal. Drop Inventory Chat Pick Block Fliss Players. Drop mal auf C. Dann muss ich das. Cycle Tool Mode machen wir auf W. So. Back to Black. Hier, Stein. Oh. Ja, es geht übrigens. Normalerweise geht dann gleichzeitig der Wegpunkt Dings auf. Ja. Ja, wie geht das? Den Wegpunkt kannst du mit M umsetzen. Stimmt, da muss ich erst in das Menü rein. Ah, jetzt hab ich mich verklickt. Das kommt davon, wenn man zu schnell unterwegs ist. Ähm. Es ist auf C. Das muss ich wegmachen. Key Config. Z-Fact. Z-Fact. Ne. T. Nein. D. Nein. D. Scheißegal wohin. So, warte mal. Exit Menü. ja was steine so es ist tag es regnet dummerweise ja die fackeln habe ich schon mal eingesammelt ich war jetzt gerade noch das letzte stück fleisch fertig wird das dumme ist es regnet sein ping ist übrigens nicht ganz so toll das kann ich ändern ich würde fast sagen wir beschlagnahmen die halbinsel da drüben da wo der enderman gerade war ich finde wir rennen hier einfach mal weiter Richtung Norden und sammeln noch ein paar steine auf Futter haben wir ja Wasser gibt es genug steine habe ich 30 stück 40 vielleicht aber du bist drauf gestehst ja können ja noch ein paar, können ja auch immer so Kesserite oder so rausfallen also so ein paar Erze damit können wir uns dann die erste Pickaxe bauen ich hab mir aus Marble übrigens tatsächlich ähm ich hab ne Pickaxe achso ist eine gedroppt vorne bei der Leiche ja aus Tin also ähm Tin glaube ich ja genau so auf wenn es regnet scheiß Monster nerven ähm hier ist schlecht hier will ich nicht hin ich muss die Langzunge mal folgen hier wa in welche Richtung bist du gerannt? in Langzunge lang damit ich nicht so lange brauche um über das Wasser zu kommen achso ja äh und jetzt stehe ich hier vor ne Wand oh Hühnchen muss da Messer zücken Traum zu Papa pf pf oh den Arsch stecken das Ding achk komm her du blössau ja ja auch diese Buschtrommelmusik die ich gerade gehabt von meinem super super Creeper Messer dich alter mehr mehr ich hab ihn nicht gemessert du Fricks ich hab's gehört äh wie bist du da jetzt hoch gekommen? so querjumping so querjumping Gott nein arg wo war den Block da jetzt halt weg? ich hab da was gesprengt ich weiß ich hab's gehört oh die Musik passt ganz richtig hohen äh ich bin oben du auch? ja ja ich seh dich waldläufer style hier Messer raus beziehungs fast wieder kaputt das Ding ich brauch mal ein besseres ja bessere Ärzte besseres Werkzeug so und sobald man so ne Stahllegierung hat geht das auch ganz schön ab ab bum 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 äh ich hab mal aufbummelt was machst du dafür? Mist ich sammel nebenbei paar Sticks jetzt schwimm ich hier rüber Jäger und Sammler Jäger und Sammler also find ich meine Kleidung ja cooler als deine passt das zum Style hm wo wollen wir uns jetzt mal niederlassen? ja mhm ich irgendwie ist mir das hier alles noch zu wenig zu wenig Fluss und zu wenig Meer ich will ja gern mit Sluces arbeiten also mit diesen äh Wassersieben und dafür brauchen wir äh am besten ein fließendes Gewässer mhm und mein Meer wäre ideal so irgendwie mhm das ist super hier nicht? mhm Katz ist gerade aus einem Albtraum erwacht und fast dann gleich noch runter gefahren wo bist du überhaupt schon wieder hin? ich bin weiter Richtung Norden ich bin weiter Richtung Norden ja ich hab hier so... ach da hinten bist du okay ja ich hab hier so... ach da hinten bist du okay öffnlicherweise sind wir weit genug von anderen Spielern weg tsch... wo bist du jetzt schon wieder hin? ich bin äh... ich bin äh... dem Fluss sozusagen weiter gefolgt ja ich seh dein Namensschlädchen bisschen weiter oben bleiben am besten, wa? ja da oben können wir unser Nachtquartier mal aufmachen auf dem... ah wie spät haben wir es überhaupt? weiß kein Mensch drückst du in? zwölf Uhr wir haben noch ein bisschen Zeit weil da oben wäre in guter Position da kommt keiner hin ich seh Zombies es ist auch nachtens... äh... Regen meine ich ne die stehen so unter so einem Felsforsch... ja und es ist halt Regen da können die trotzdem spawnen wenn man Pech hat mhm oh es schneit oh shit Schneeregen ach super Ingo oh und immer weiter hochklettern ah ja jetzt... was willst du denn da? ich will weiter Richtung Norden ach Gottes Willen ich hätte ja die Hoffnung dass hier irgendwo mal... ach da rechts das ist gut so Nord äh östlich das sieht nach äh... Wasser aus shit wo bin ich hier denn dann da? was ist das da hinten? was ist der? nur noch irgendwie... runterkommen das ist toll hier ja hier können wir meinetwegen bleiben gleich im Berg super ja... ne beim Wasser wenn ich nen Weg hier heile runter finde ah ich bin auch dabei ach du scheiße am besten ins Wasser oder ist das auch... realistisch ich weiß es nicht ne ich glaub das geht noch au 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 shit au au Beine gebrochen Penis gebrochen alles kaputt hier beim Wasser sagst du ja hier bei dem großen See dass man irgendwie an diesem See das Gewässer ist auch groß genug dass man hier mit Sluses dann arbeiten kann wir sind jetzt auch weit genug weg von anderen würde ich sagen dass man hier sich mal was bauen kann Holz ist da Wasser ist da und dann am besten hier warte mal ja genau so ist mir noch nicht ganz wohl bei mal weiter we das fort aber Untertitelung des ZDF für funk, 2017